Gerechtigkeit Du machst es Ja, das war wirklich Da hat er das Ding, ja So, guck mal Sag mal, ist das jetzt eigentlich Duping? Wir haben die XP bekommen schon Ja gut, er bekommt Können wir nix gegen machen Gut Also dann Ja, abgeben, neu anfang, let's go So sieht's aus, gut Okay Oh, ja Also deleted their Youtube account I swear, so we all run so pretty much Gunfire, sorry Verdient, verdient der Gixer Ja Ja, dann Feuer frei Hat er vorbeigesprungen Was? Ja Oh, verdammt Was hab ich nicht gelesen? Da hab ich schon 360 Beschwörung von meinem Death Trap gemacht 3 haben wir schon mal Unten Da musst du schneller gehen und mein Death Trap Let's go Oh Ja, der geht gleich weg Oh, sorry Boah, no Scope Headshot Das Problem ist, Death Trap hat es wieder voll He was cheating Loop Hero Speedrunners He was cheating Loop Hero Speedrunners Or some other games Loop Hero wahrscheinlich Scheiße Das ist ein Badass Psycho Psycho Das interessiert mich nicht Dahinten haben wir noch normale Gegner Da Du 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 Fuck! DevTrap ist gleich tot. DevTrap hat nicht mehr viel Leben. Also haben wir gleich in Ruhe. Gib ihm den Kopf! Gib ihm Hela! Los! Hallo! Könnt ihr den Nomaden mal killen? Nein! Jetzt geht mein Herz! Boah! Ich hab genug von dir. Oh nein! Ach nicht, ich nicht! Ja! Ich hab genug von dir. Ja! Oh! 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 So freis wird ein geiles Gefühl sein! Willst du den? Willst du den hoch? Ja! Ich sterb hier nur nebenbei schon! Meine Fresse! Boah! Sag mal! Aber ist deine Fähigkeit immer noch nicht fällig, dass du uns heilen kannst? Ich schon noch! Dass du uns mit deiner Fähigkeit heilen kannst? Äh, wiederbeleben kannst? Die hab ich gerade auf dem Ding gesetzt. Aber hättest du... Aber kannst du mit deiner Fähigkeit einen wiederbeleben mittlerweile? Ja! Okay! Weil du hättest das von oben schon heilen können! Vergiss nicht, wir müssen noch Crits machen! Ja! Ja! Hier stört noch! Wo die Gegner sind scheiße dafür! Ja! Interessiert mich jetzt aber gerade im Discord genauso! Auch krass, ey! Hallo! Ich kann die Leiter nicht mehr hoch! Jetzt! Mal gucken, was Caps jetzt schreibt! Ja! Der fährt halt, ne? Der fährt! Komm hier jetzt her! Was kann ich denn hier benutzen? Einen noch? Ja! Noss! Du kannst von hinten nehmen! Schöne Rücken schießen! Wow! Perfekt, alter! Perfekter Macker, alter! Zeit zum sterben! Zeit zum sterben! Zeit zum sterben! Äh! Äh! Wo hin? Da! Jippie! Hehehe... Hehehe! Hehehe! Mord ist dein Hobby! Oh! Hält dich nie mit nem Menschen mit dem Mannschaft! Danke, Devi! Ich nenne jetzt Davy. Tatsächlich an Loopyro Runs? Wurde er beim Cheaten erwischt? LOL. Ich sterbe hier gerade, weil ich einfach 5 Goliaths vor meiner Fresse habe. Nö. Danke Davy. Oh nein, 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 nein. Danke. Danke. Diese XP'en, wa? Oh Gott, Alter, 2 HP hab ich. Komm, den kannst du töten, hier vorne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nämlich ein Laborratten-Ei. Die drücken aber auch einen Schaden, Alter. Ja, Mann. Nur da ist es noch ein Gegner. Diti, kannst du ihn jetzt töten? Nee, ist ein Badass. Nicht mehr da ist es ein bisschen Stärke. kriegen. Ah, Kampf! Oh cool, ich habe den Kopf. Kriege ich den Kopf eigentlich? Ja! Ach, habe ich schon. Mecher, Breaker. Okay, damit haben wir einen Level-Up, wa? Theoretisch müssten wir einen Level-Up haben, ja. Ja, haben wir auch. Ja, das kannst du einmal abgeben. Und dann schauen wir mal bitte das Level-Cap für den Nächster. Level 24. Ja, 24 kriegen wir auch noch einen. Ja, aber da müssen wir wirklich zusammenarbeiten, dann würde ich fast den Bonus vergessen. Sollten wir auf den Bonus scheißen. Angenommen ist... Jetzt warte mal ganz kurz, habe ich noch irgendwas... Haben wir Level-Up gemacht? Ne, ne? Fehlt noch ein bisschen. Oh, es fehlt noch knapp. Knopf. Bei mir sind es tatsächlich nur noch 1.400. Also bei mir ist es... Wo stand die das? Äh... Äh... Mal ungefähr auch so viel. 2, fast 1.900. Du kriegst halt ein bisschen mehr Erfahrung, wenn du uns halt wieder... ...jemanden wiederbelebtest das halt. Ja. Du kriegst dann mal 100. Du kriegst dann mal 100. Und du kannst es halt relativ zügig machen. Was suchst du? Äh... Küche. Müsste das noch sein. Weiß nicht. Ansonsten aus einzelner Tasche. Fertig. Wir warten auf dich. Ja. 4, 3, 2, 1... Das erinnert mich immer an das Spiel... Able. Äh... Fable meine ich. Mit den... Äh... Mit den... Mit den... Mit den... Mit der Arena. 5, 4, 3... Ja, gibt's auch. Alter, die drücken schon einen Schaden. Level ab. Ja, nächstes Level. Müssten wir ja wirklich uns auf einen Gegner z.B. gleich fokussieren, wenn er Bärdas ist. Also alle drauf. Also wenn er größere Gegner ist. Boah, Alter, die drücken aber wirklich Damage, Alter. Wie hierher und die Unendel... Böh... 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 Folks! Deathcraft Angremmodus! Die Stimme ist einfach im Discord, das ist einfach krank, mann. Einfach gar keiner redet mehr. Alle hochkonzentriert. Ne, ich bin nicht konzentriert. Ne, konzentriert nicht unbedingt. Immer schön im Kreis laufen, alles killen. Und darauf hoffen, dass er nicht getroffen ist. Na, vergiss dein Geschütz nicht, ne? Wenn du das platzierst, oder? Ich bin gleich, ich kipp gleich, ich kipp gleich, ich kipp gleich um. Ich weiß aber, wo ich hier leise. Und noch so, ach mein Geschütz, danke. Steh grad unten, geht grad nicht. Ne, ich wollte nur dein Geschütz erinnern, ne? Oh Gott, 50 Goliaths. Oh mein Gott, haben wir da Koi rum, Digga. Ja, alles gut. Bisher musste ich mal ein Krannertraketenwerfer noch nie auspacken. Ich bin auch zwischendrin mal. Einfach weil ich ständig killrunden haben möchte. Ich muss töten, muss töten! Ich muss töten, muss töten! Ich muss töten, muss töten! Na, meiner hat er sowieso beim Nachladen nochmal explodiert. Ist das halt mega hilfreich. Genau. Und gegen diese Tunnelraten ist das halt schon echt hilfreich. Ich weiß nicht, wer mich jetzt wieder verrippt hat. Du nicht! Ich glaub ich hab mich grad eben selbst mit hochgeholt wieder. Ich hab selbst einen hochgeholt. Was? Hey, was? Wie? Oh! 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 Ja! Danke. Oh war bei Iridium! Oh mein Mann! Da ist ja direkt am Kommen, alter. Ah, direkt, alter! Direkt Iridium Alley! Sitz! Sitz! Stell weiter! Mr рекi! L inté spacesactrily, alter! Der beste, Mann! So! Können wir abgeben? particular erfahrung! Wir warten jetzt nur noch auf den anderen,nous. Und wir warten jetzt nur noch auf den anderen Stinky… Ich bin immer auf Whatever... Och! Sag mal, was die Designerunde ist. dritte runde 24 vierte runde 24 so wunderbar das erledigt 24 ja 24 nicht 26 ja runde 4 24 runde 5 26 26 sollen wir auch hinkriegen das heißt zumindest können jetzt hier einmal alles kann man komplett machen haben wenigstens die quest in finks komplett durch also was soll ich annehmen was so ein was das ist ganz normal die arena betreten junge nicht deswegen so ein was zu schummeln ach ich komme hier gar nicht mehr raus ich kann sowieso nicht ich muss doch eh bald dabei sein wenn ihr da dran seid so leid ich hab gedacht wir werden die arena betreten das ist sehr irreführend dass da ein weg rum ist sehr irreführend mann ich ja das letzte mal ich das finken finks mit gemetzel ausgemacht da war ich betrunken mann immer noch kein scherz da war ich voll drunk so ich wechsle jetzt tatsächlich mal meine waffen durch ich nehme jetzt ein bisschen slack mit ja warte ja ihr könnt schon mal starten aber ich werde glaube ich 4 7 29 3 ich hab korrosion vergessen wir brauchen korrosion so ein dreck tori oder blitz korrosion korrosion so bin ich eben ja wir hatten hier vorne eine korrosion die waffe liegen wurde die mitgenommen ich mache schon nicht mal schenken ich habe korrosion habe ich mit ja darum fragst du dich irgendwie natürlich ich meine eben 84 ich habe mir das ist ich sage ich sage ich sage ich sage wie ich sage ich sage ich sage ich sage ich sage ich sage ich gehe ich sage ich sage ich sage komm zurück käsekuchen alter wir haben richtig die kohle gemacht wir machen richtig die kohle da ist kohle in der mitte ne muss ich nicht haben nur dreckige ratten lege 75 graden Und schmecken! Ich kann dich hören! Oh, warte, was gibt da? Shotgun! Jetzt will ich Kleinhold sehen! Alter! Ich komme schon. Ja, der Trap hat mir genau... Na ja, passt schon, bin wieder da oben. Der Trap hat mir gerade den Kill weggenommen. Sorry! Oh scheiße, jetzt hab ich den Rasen erstellt! Oh, dieses Dreckskopter, Alter! Oh, das ist Dreckskopter, Alter! Jetzt hab ich nicht mal mal die Pirke! Heiliger Puster! Ah! Oh, Gott! Ja, da, hier! Der war perfekt! Ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon! Hey, du nicht! Der hat mich gerade instant hochgehoben. Ja. Und jetzt hab ich jetzt schon die Hälfte! Ah, das ist schon die Hälfte! Hm. Hm. Ja, da, ja! Ja. Ja, da, ja, da... Ja, da, ja! Ja, da, ja, da! Oh! Nur am Koppeln! Ach, schwor, um ne Munition, ja, leg mich am Arsch hin. Oh! Hättest du dich machen müssen, ich hätte einfach nur schießen müssen. Ja, alles gut. Ja. Ich wollte ein Fondue machen. Tony hat! Ja. Und jetzt Magulakon kommt der her. Alter, meine Munition, die geht ja so schnell weg. Ja, okay. Vorteil ist, wir haben halt auch einen Death Trat, ne? Oh nein, was ist er denn? Er hat Laserstrahlen. Boah, ein gremlicher Kopp da, Alter. Dass ich den aber auch nicht klein kriege. Jetzt aber. Weg. Einer ist weg. Der zweite ist auch weg. Daft Kopp halt, ne? Bei mir ist ein blaues Schild, 1744 Kappa. Kappa. Hahaha. Äh, wäre das normale. Lanz auf den Boden. Oh. Klonck! Klonck! So. Jetzt wirds nochmal interessant und dann, dann haben wir durch. Das sind 4 Badasses insgesamt, 2 auf der eurer Seite und 2 auf der anderen Seite. Beide sind tot bei uns. Ich führe meine Beine nicht mehr! Stopp, hier ist... Was ist los? Hä? Ne, schlechter als meine. Sehr gut, haben wir das auch überlebt. Ja, hier ist halt ein Majestic Shock Spike. Ne, ich bin mit meiner tatsächlich momentan extrem zu reden. Da muss ich mal ganz kurz... Krise ist doch ein Order. Warte mal, warte mal ganz kurz hier einmal. Warte mal, komm mal kurz gucken. Habe ich das Ding hin jetzt. Da. Ähm genau... Guck mal kurz gucken. Ja, hier liegt der Schoddi. Hier liegt Team Regeneration... Gesundheits Regeneration. Äh... Ich hab hier ein Schild... Wenn ihr das haben wollt. Wenn ihr das haben wollt. Das hat 1888 Kapazität. Naja... Licht hier. Schild Ladegeschwindigkeit ist 192 und Verzögerung ist 3,9. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Er hier... Er hier hat... Ach genau, ganz kurz. Z hat noch einen Sirenen. Lebens-Adder-Skill plus Sirenen. Maximale Gesundheit. Ja, Max habe ich gesehen, aber... Was hab ich für einen? Max, Team-Gesundheit bringt auch nicht, weil ich habe aktuell drin... Team-Gesundheits-Regeneration. Ja, das andere ist ein Macromancer. Wenn du Leben willst, auf bei mir. Schau mal. Scheiße, das dauernd achten. Bestätig Rebound. Komm jederzeit wieder vorbei. Es ist ein guter Tag. Verlärme dich eigentlich. Genau. Ich überleg grad, ob ich mir die Heavy-Granade-Deer hole. Ja, komm, scheiße. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Ich bin dreimal jetzt auf Feuer und einmal auf Korrosion unterwegs. Ja, ich geb mal eben ab. Ähm, Belohnungen sind 2660 Erfahrung. Mir liegt noch ein Macromancer-Kopf. Wir kriegen als Belohnung eine AR. Das finde ich gut. Ich tausch mal eben meine... Und zwar obwohl meine Scorpio richtig gut ist, aber... Die ist halt einfach besser. Oder hat die kein... Hat die Autofeuer? Ach Gott, die hat kein Autofeuer. Ohhhh. Ich hab hier nur noch... Äh, nur noch 12.000. Hat der gerade Catch a Ride gesagt? Okay, das kann interessant werden. Okay. So, Runde 5. Level 26. Hä? Runde 5. Runde 26. Was? Some Fick. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Das Gemütze. Die. 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 Was hat ihr denn gemacht? Hä? Äh, ich bin verbrannt. Gut, dass wir einen Def-Trapp haben. Ich Eitheri visitors... Und nicht nur das, wir haben auch noch dein Geschütz. Ich brauche Munition, danke der Trap. Also ich brauche Munition, ich brauche Granaten, Granaten brauche ich. Der Deathcrap ist bei plus 18. Ich brauche Munition, ich brauche Munition. Ich brauche Munition, ich brauche mich mitnehmen. Was? Nicht mehr! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du da hochkommen? Ja, hab ich. Oh Gott! Bad as Goliath! Ah, ich bin tot. Mich kriegst du nicht mehr. Nein! Och, jetzt springt der Hurensohn weg! Okay, ich bin tot. Oh, gar nicht. Oh, Alter, letzte Sekunde, ey. Hau ihn weg! Hau ihn weg! Hau ihn weg! Du willst beheulen, Alter! Ich hab kaum noch Munition! Hau ihn weg! Hau ihn weg! Oh, fuck. Ein super Wettel. Ich brauche Müll! Ja, meine Munition auch. Ja, meine Munition auch. Ich muss die Eier tauschen, ganz dringend. Die bringen mir nichts in dem Kampf. Oh! Oh, GG! Okay. Da ist noch ein Badass. Ja, war mein. Ich wiederhole. Zwei Badass. Jetzt. Alter, kannst du jetzt Schöner sein, bitte? Ja. Nein. Wäre das normale? Ja, hab ich auch. Du gehörst dir! Alter, meine Munition ist gleich leer. Ja. Pfff. Wer das gutiert. Äh, ja. Was machen wir jetzt? Hahahaha, Mami! Ich. Weglaufen und nachladen. Ja! Willkommen in meiner Welt! Ich hab Rasen in Goliath hinter mir! Wer das Goliath und neben mir ist auch noch weiter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, die... Ja, Kenny, 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 Kenny! Meiner ist weg. Ja, da ist auch ein zweiter. Lock ihn zu den anderen! Lock ihn zu den anderen! Ja, bin dabei. Lass sie sich bekloppen! Was? Oh, diese dumme Sau, Alter! Ja, du! Das läuft mir hinterher. Das läuft mir hinterher. Das ist Goliath, Alter! Das ist Goliath, Alter! Bär, das Zwerge, Alter! Junge! Kannst du sein, Nelda? Ja, Alter! Er verbrennt und so schreit ich riesigöstlich! Hier ist noch ein Badass-Zwerg! Er tötet mich! Ich bin tot. Was? Das hättest du nicht tun! Alter! Alter, fick dich, ey! Ich bin gerade 20 Jahre älter geworden nach diesem Kampf. Meine AR ist leer, meine SMG ist leer, meine Pistole ist leer, mein Raketenwerfer ist leer, meine Schrot ist fast leer. Der Schrot brauche ich nicht nutzen. Das Problem ist halt die Schrot, das bringt mir nichts. Ich hab genug Geld, dass ich jetzt alles auffüllen kann. Boah! Bruder, Reh! Was war das denn, Alter? Das ist so ein Dreck! Ja! Sag Moxie, ich kündige! Alter, meine Finger! Alter! Ich hab sie! Du brauchst sie! Wozu braucht man eine Akkubation, wenn man Stil hat? Weiß! Das war... Intensiv! Tja! Und es gibt eine AR! Several Hail! Welche Spielzeit kannst du mir heute anbieten? Ich hab Slack. Äh, ich hab Slack, ich hab Korrosion. Ich hab Schild... äh, äh, Schock! Wie viel Schaden, wie viel Schaden, wie viel Schaden, wie viel Schaden? 2,53. 2,58. 2,58. Das ist schon wo drin,對! Ja,ell, Sam, das ist nie. Ich hab gedacht, da kommt einer sich hin... Egal, ich nehm sie! Ach Gott... Oh Gott, nee, Alter. Oh Gott, um gerade zu schießen, nein, du musst auf den Boden ziehen, um gerade zu schießen. Alles klar, die kommt in die Kiste. Oh Gott, also ich schmeiß mal auf den Boden, ich will die Scheiße nicht haben. Ja, ich nehm so. Ne. Da verzichte ich drauf. Wollen wir auch mal nach Sanctuary zurück? Kann man machen. Na klar, ich reise. Wir haben den Teleporter nie gehabt. Äh, doch, da hatten wir. Nein, den Fridge hatten wir nie den Teleporter geholt. Den haben wir nie geholt. Wir sind da so, wir sind, wir sind da einfach rein vorbeigelaufen. Ja, dafür haben wir ihn jetzt geholt. So, weil dann kann ich mal eben an die große Kiste gehen und diese Scheiße wegfangen. Ja, ich bin grad durch die Tür geglitscht. LOL. Was war das denn? Das geht schon wieder zu seiner Liebe. Hm. 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 Ich will bei ihr aber auch gleich ein bisschen was... Ich will aber auch gleich bei ihr auch ein bisschen was tonaten. Weil, hm? Ich will nämlich gleich die SMG haben von ihr. Ich brauch die tatsächlich jetzt. Tatsächlich brauch ich diese scheiß Waffe jetzt. Noch Satze. Riss Moxys Goodtouch. Ja. Feuer mit 184. Ich hab's auch. Ich krieg Korrosion. Wie viel Geld habt ihr jetzt bei ihr donated? 5000. Was? Wo sehe ich denn das? Wie oft hast du drauf gedrückt? Das hat mich einfach noch drauf gedrückt. Ja. Also ich hab fünfmal. Ich hab fünfmal. Ich hab fünfmal. So was in der Größenordnung. Ich hab fünfmal. Du läd' ich jetzt noch oder nicht? Okay, dann du läd' ich jetzt. Jo. Ich hab' eine Zeit, da wär' ich mit dir an vorderster Front gestanden und hätte gegen Jacks Truppen gekämpft. Aber das ist jetzt vier Kinder und... So was ist jetzt? Sie sind bald, wie viele Ehemänner her. Ich hab' nicht mehr die Reflexe wie früher. So was. So hauszügig von dir. Die, das ist meine Lieblingswaffe. Gibst du mir die auch? Verstehst du die? Und sie gibt sie mir wieder nicht! lol jedes mal das gleiche ich kann nicht mehr donaten meine fresse jedes mal das gleiche das hat sie beim letzten mal genauso gemacht willst du meine haben weil ich habe eine feuerstmg ich brauche die nicht jetzt bin ich salzig jetzt bin ich wirklich salzig jedes mal das gleiche mit dem scheiß alter nächstes mal gehst du zuerst das hat sie beim letzten mal auch gemacht ich bin älter 20.000 rein und sie macht das nicht ich hab nur mal eben 10.000 reingebottert nur mal eben wieder so es ist so lächerlich man so dann wir können jetzt theoretisch eridiobleid weiter machen wir könnten jetzt auch deiner scheiß deine smg weitermachen 26 war die quest 27 also könnten wir das machen dann machen wir das rein ist dran noch mal los bist du fertig ja gut jedes mal das gleiche mit der schlampe ey was ja muss ich zentieren eine stunde ja jedes mal die gleiche kacke ich hab die falsche waffe verkaufte ich hab die falsche waffe verkauft ich hab lieber 200 mit mehr als 300 schaden nehme ich die 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 das Und Norris, warum brennst du denn da hinten? Wir müssen hier in den Gang rein. Alles klar. Ich bin unterwegs. Danke, Didi. Boah, eigentlich müssten wir hier die Quests auch noch machen. Nein, wir machen jetzt erstmal Bahne. Das gibt leckere Erfahrungen. Ich kann ihn nicht töten, lol. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. schon über den fahrstuhl runter im klo ist ein mod für dich könnte hier hilfe geworden ich kann auch alles mit raketen ja vertöten aber hier ist ein fahrstuhl hier ist ein kleines mod für mir kommen zu dem klo schwungvolle alles kann ich mit aber wo kann ich mich benutzen so dass wir doch hier und dafür aber immer noch können wir warten auf eben ich bin da wir müssen nicht laufen wer von euch hat impulsivgranaten mit ich ok weil einer ich habe gewöhnen in der arena gesehen dass einer mit hat darum war ich gerade verwirrt wie er ich hab die mit bonbonplatz ok gut weil ich habe auch welche darum aber meine sind leer ja ich sehe was ja das ist schön für dich wir müssen hier oben also ich lauf hier durch weil kämpfen macht keinen sinn doch das ist die erfahrung das ist das ja das ist was also ich nehme jetzt nicht jeden gegner mit aber so zumindest ein paar sollten wir doch mitnehmen tun wir ja aber ewigkeiten hier zu kämpfen macht auch keinen sinn ne das macht keinen sinn das ist richtig alter alle da dann kommen wir weiter ach jetzt hat es schon vor mhm ja war drin warte und renn vor wofür sollen wir warten dass du vorrennen kannst lol eck ja 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 Blattst du deine Augen! Auf mich! Keine Munition mehr! Ich hab die Tömi runtergesprungen und kriege den Instan in die Fresse. Trupp des Sheriffs oh danke Danke, weil Manditi macht bei mehreren Gegnern, die in seinem Umkreis sind, sofort automatisch diesen großen Angriff, der ziemlich viel Damage macht. Warum fallen noch Impulsgranaten? Das ist noch 200 Meter, Alter. Ja, das hat Bane. Ja. Ich bin immer noch kein Freund von dieser Waffe. Gepanzert das, Gagrider. Ja, komm mal dran hier, Noss. Hol dir die scheiß verdammte Waffe. Was muss ich holen? Was muss ich holen? Die Waffe! Bane! Hol dir Bane! Jo! Jo! Hab ich! Ich sterbe hier nicht! Ja, hab ich! Hab ich! Hab ich! Hab ich! Hab ich! Hab ich! So! Weißt du was? Und jetzt? Ganz ehrlich? Das ist mir zu blöd. Ja, da hab ich! Das hab ich mit Absicht gemacht! Bis ich! Da kommst du nicht mein Leben raus! Ja! Dann einmal runter springen hier hinten los! Ja! Ich freue dir! Wartet da einfach, da kommt nicht sehr weit, just saying, wartet bevor ihr runterspringen wollt. Nö, wir sind schon unten. Wir laufen jetzt letztendlich zurück. Ja. Hättet ihr einen kurzen Moment gewartet, wäre ich nur zum Teleporter gerannt. Gut. Ja, alles gut. Wir warten. Wir können hinten gerne warten. Dann tun wir jetzt hier noch ein bisschen leveln. Ja, genau. Wollen wir raus? Ja, können wir. Ja. Thanks, Jerry. Ich weiß nicht, wo Bane, wo war die Quest von Bane? Hä? Bane haben wir schon. Aber Abschluss, haben wir schon? Ja, Bane haben wir schon. Ach, Douglas. So, Douglas, jetzt darfst du dir gerne mal die Bane ausrüsten und dann damit mal schießen. Ich hab die auf 311 auf Feuer. Ja, komm, Nost dann. Corporate Bane, okay. Ja, benutzt sie. Die ist das, ne? Au. Ich kann mich kaum bewegen. Ja, jetzt laufst du mal mit der. Das ist so geil. In Spanien da regnet es Kastanien. Alter. Ja, genauso wie das. 311, genau. 311, ja. 311 war Feuer, mag ich auch. Ich find die Waffe super. Das ist die nervigste Waffe, die es in diesem Drecks-Game gibt, Alter. Nein. Es gibt kein... Es gibt noch... Nein, Bane ist die nervigste. Egal, was kommt. Die macht zwar immensen Schaden, aber... Junge, du kannst dich halt null bewegen. Richtig. Und soll ich dir noch was erzählen? Nein. Du kannst nicht treffen. Doch. Nein. Du hast 200% Genauigkeit. Sowas von. Ich hab ne Hyperion. Meine ist Hyperion. Echt jetzt? Ja. Meine auch. Du kannst nicht... Ja. Du kannst aber nicht treffen. Doch, das geht schon. Ja. Ja. Einen Quersteher krieg ich auch hin. Einen Quersteher krieg ich auch hin. Jo. Ist bei mir geskillt. Ja. So. Dann... Warten wir. Ja. Ähm. Können wir jetzt noch Story weitermachen? Ist ja drin. Einer von euch hat keinen Bock mehr. Oh. Oh. Sie hat eine gute Aktiviertelchefchen. Aber komm doch wieder, wenn du was auf der Pfanne hast. Äh. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. So. So. Dann hätte ich nochmal 10.000 rein, wa? Los. Ja. Ja. Hast du Ellen kennengelernt? Nettes Mädchen. Ha ha. Ha ha. 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 ich hab keinen überhaupt mehr. doch da ist er. ach moin endlich. ich will mich verarschen, ey. die will mich verarschen, ey. die hätte mir aber schon auf 27 geben dürfen, ne. wäre schon ganz cool gewesen. obwohl kori schaden ist ganz okay. aber ist deine auch ne melovin? ja, ist alles melovin. die kann aber auch bandit kommen, glaube ich. aus dem weg weg da. das ist wirklich. jetzt ist das schon mal weg. ja. aber es gibt hier zwei kommando abling, äh, zwei kommandomons. ja. die actionskill abklingzeit, ja. ja. wachposten, schlachtgetümmel und, äh, 23% abklingzeit, aber das macht keinen Sinn. wachposten, schlachtgetümmel und schlachtgicht. mhm. hab ihn gefrichelt. ja. willkommen auf dem schwarzmarken. ja. erzähl's nicht deinen freunden. Ich würde jetzt tatsächlich die Hauptstory weiterziehen, sollten wir eigentlich können. Also ich werde jetzt einmal ganz gut die Uhrzeit befragen, das ist nur Uhr 20. Ich merke schon, dass ich so ein bisschen abbaue, also ich wäre nicht böse drum, wenn wir... Ich sag's nur, falls, dann wäre es... Ja, dann machen wir halt nächstes Wochenende weiter, alles gut. Jo. Alles gut. Weißt du eigentlich, wie anstrengend das für mich ist, nicht an diese scheiß goldene Kiste zu gehen? Oh ja, oh ja. Ich erwische mich jedes Mal, wenn wir nach Sanctuary gehen, dass ich da drauf zulaufe. Ja, ich auch. Ich bin genau, genau das Gleiche. Jedes Mal. Aber wir sind gut dabei. So. Alles. Yes.